so leute der 12 wie 0 15 aber um einen Funktion die auch in der letzten Version schon dieser Pickup Block wenn ich bei Steuerung gehen diesen Block aus dem Block den habe ich bei mir auf F gelegt der funktioniert wunderbar das heißt ich klicke jetzt zum Beispiel auf Gras diesen oh jetzt habe ich auf Schweigen geklickt und schon mit ein Feature gezeigt vorher hat man nur Opsiden bekommen aber wenn ich jetzt auf den Mob klicke bekomme ich das Spawn-Eye zu diesen Mopsiden zu was ja schon ziemlich geil ist den habe ich noch nicht also ist schon ziemlich geil und dann hat man natürlich auch noch die Funktion man kann zum Beispiel Erde und Gras auswählen Gras können für nicht man hat nur Erde bekommen funktioniert das eigentlich mit allen Blöcken also zum Beispiel auch mit Schnee ich kann Schnee auswählen und Schnee hinlegen wunderbar funktioniert alles und ja ich werde euch natürlich noch weitere Informationen zeigen falls ich mich herausfinde und bis dahin sage ich einfach danke für die Zuschauer und kommentieren einfach bewerten und abonnieren Ciao